Nun ist der erste Head erhältlich, mit dem man eine M.2 SSD an den neuen Raspberry Pi 5 anschließen kann. Großartig! Wir werfen jetzt einen ersten Blick auf das neue Zubehör. Und damit herzlich willkommen zu ULabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Der Raspberry Pi 5 war ja bereits mit PC Express angekündigt worden. Darüber haben sich einige gefreut, gerade für SSDs war bisher der einzige Umweg über USB 3.0 zu gehen mit einem Adapter. Trotzdem kann man keine M.2 SSDs direkt dort anschließen, wie zum Beispiel Speicherkarten. Das liegt daran, dass kein M.2 Slot vorhanden ist, sondern eine PC Express Schnittstelle. Somit braucht man noch Zubehör, das einen M.2 Slot bereitstellt und über PC Express anbindet. Das hält die Kosten gering, ansonsten müsste jeder diesen Slot mitbezahlen, man hätte Platzprobleme auf der Platine. Aber der wohl wichtigste Grund, es wäre unflexibler, weil man dann eben bloß SSDs anschließen kann. Mit PC Express hingegen hat man eine universelle Schnittstelle für alle möglichen Erweiterungskarten. Und zwar mit relativ hohen Datenraten von bis zu 500 MB pro Sekunde. Es gibt nur den ersten Head, der das nachrüstet. Das Konzept solcher Erweiterungskarten ist nicht neu, die gibt es schon länger. Meist steckt man sie oben auf den Pi auf, wie ein Hut, und dann erweitert er den Pi um bestimmte Funktionen. Zum Thema M.2 gibt es sogar gleich zwei Heads, also zwei Erweiterungskarten. Zum einen den Head Drive Top. Wie man sich sein Name schon denken kann, wird der oben auf den Pi aufgesteckt. Und der reicht auch die GPIO-Pins weiter, sodass man die trotzdem nutzen kann. PC Express bekommt man aber nicht über die GPIO-Leiste. Dafür gibt es einen eigenen Anschluss mit einem FPC-Flachbandkabel. Das kennt ihr vielleicht bereits von der offiziellen Kamera. Oben auf der Platine ist dann ein Slot für die M.2 SSD, im Grunde wie man ihn von Mainboards her auch kennt, aber in den Formatfaktoren 2230 und 2243. Das sind die zwei kleinsten, die natürlich platzsparend sind, aber sind auch vergleichsweise wenig verbreitet. Deswegen gibt es dann nicht so eine große Auswahl an SSDs, beziehungsweise für die, die es gibt, muss man meistens etwas mehr bezahlen. Das habe ich schon bei dem Test von Mini-PCs, wo das ähnlich ist, darauf hingewiesen. Zum Beispiel den Gigabyte Bricks GB-BACE 3000. Es gibt daher alternativ noch einen zweiten Head, nämlich den Head Drive Bottom. Auch der stammt von Pineberry und versucht eben hier noch das große Format mit reinzunehmen, nämlich die 2280 SSDs. Die sind gerade im PC, also im x86 Bereich, stark verbreitet. Auch in Laptops sieht man die häufig, die sind mit einer großen Auswahl am Markt verfügbar und daher auch preisgünstig erhältlich, dafür aber auch etwas länger. Drum muss sich die Platine für den Head hier etwas vergrößern, aber nur um 5 mm. Der Hersteller verspricht zudem, dass sie trotzdem mit den Maßen des Raspberry Pi 5 kompatibel bleiben soll. Das würde ich so deuten, dass dort nichts heraussteht. Das etwas kleinere Topboard ist im Shop für 20 Euro erhältlich. Für Bottom werden 25,99 Euro fällig. Gibt man eine Adresse in Deutschland an, dann schlägt der Versand mit 10 Euro zu Buche. Darüber hinaus schätzt der Shop die Steuern, die da anfallen, nochmal mit 8,28 Euro zusätzlich. Zoll ist nicht zu erwarten. Es ist nämlich ein Unternehmen in Polen und damit innerhalb von der EU. Aber der Versand ist dann nach Deutschland natürlich höher, wie innerhalb mit einem deutschen Shop. Man braucht zudem etwas Geduld. Die Lieferung, die erfolgt ab dem 6.12., aber mit dem Hinweis, dass man schon viele Bestellungen angesammelt hat, die noch abgearbeitet werden. Man versuche das bis Weihnachten 23 auszuliefern, kann es aber nicht versprechen. Hier sollte man im Hinterkopf behalten, dass hinter Pineberry zwar erfahrene Gründer stecken in diesem Bereich, doch es ist ein vergleichsweise kleines Unternehmen, somit haben sie nur begrenzte Kapazitäten, um ihr Produkt herzustellen und auch zu vertreiben, zu verschicken. Finde ich interessant. Es war zwar schon mit der Ankündigung von Raspberry Pi 5 klar, dass PCI Express hier den Pi ein Stück näher in Richtung x86 rückt und dass man damit auch relativ schnelle sowie kleine SSDs als zuverlässigen Speicher verwenden können wird. Aber das fand ich immer relativ abstrakt. Zwar war es schon mit dem Raspberry Pi 5 zusammen angekündigt, dass 2024 noch ein offizieller Head für M2 kommen wird, aber es gab kein genaueres Datum und der war noch ziemlich weit am Anfang. Es gab noch nicht mal einen Prototyp, das wird also noch dauern. Auch wenn die Lieferung bei Pineberry etwas dauert, ist das vermutlich immer noch schneller, wie auf den offiziellen Head zu warten. Wäre euch das mal einen Test wert oder sind euch die M2-Heads zu teuer? Schreibt es gerne auf uLabs.de ins Forum oder die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.